So, das ist... Ein Bogen zur Einschüchterung. Jawoll, voll die Musik! In der Zwischenzeit suche ich mir einen neuen Song aus. Äh, nee. 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 Nein. Jau! Oh mein Gott. So, ich muss dann essen. Hm. Ja, das ist so die Musik für, wo ich gerade an die Oberfläche komme. Eigentlich. Äh, hab ich alles hier? Da hat der Tief noch ein Steinschwert. Oh Gott. Nein, nein, nein. Ich brauche ein passendes Lied. Äh. Äh. Guten Morgen, Welt! Mal gucken, wo die sind. Mal gucken, wo sie sind. Oder waren. Mal gucken, wo sie sind. Ich weiß auch nicht warum. Und jetzt so heißt es. So bestreiten wir nun. Ach du Scheiße, es ist Nacht. Es ist Nacht. Das konnte ich mir denken. Wieso Nacht? Wieso Nacht? Nacht und nicht Tag. Wieso Nacht und nicht Tag? Scheiße, wo sind die? Wo könnten die sein? Wo könnten die sein? Ich will fackeln, habe ich eigentlich noch. Nirgendwo. Quasi so leuchtvoll. Ja, aufbauen. Vielleicht nehme ich den Bogen doch nicht zur Einschüchterung. Bringt ja schließlich nix. Ihr könnt doch nicht Nacht machen. Also ganz im Ernst. Die Welt offen für alles. Jetzt weiß ich heute doch noch eine neue Folge raus. Bis dahin. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Minecraft Battle of History. Oh, ist das die passendste Musik gerade. Warte. Nehmt auf, der nimmt auf. Allgemein könnte ich gerade gleich mal, wenn das Lied vorbei ist, eine neue Playlist anmachen. Oh, ist das passend. Oh, ist das passend. Scheiße, Mann. Habe ich eigentlich Essen? Äh, scheiße. Ich habe nur zwei Holz dabei. Fuck. Fuck. Ich kann mir keinen Ofen machen. Oh mein Gott. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Wie, äh, spät ist es denn? Würde ich gerne mal wissen. So genau. Äh. Da ist gerade Zombie-Despawnt. Eigentlich will ich nicht, wenn die Zombies hier sind, da was machen. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Ich habe ja eine Idee. Ich habe es gehört. Aber das war bestimmt nur ein Enderman. Ich muss mich ja vorbereiten, schließlich. Die haben bestimmten Bogen und Diamantschwerter und Diamantrüstungen und so. Weiß ich doch jetzt schon. Aber wenn es wenigstens nicht Nacht wäre, ne? Wenn es wenigstens nicht Nacht wäre. So, wo wir sind, diese Fürme? Beim Gebirge. Ja, warte mal. Bei der, bei der, bei der, bei der. Das ist, wo kann ich die Händelsrechnung nochmal nachgucken? Südseite von Gebirge. Südseite von Gebirge ist das. Okay, ich brauche, lade kurz, ganz schnell ein Holzstück. Nein! Noch ein Holzstück, ein Holzstück, ein Holzstück. Die Musik passt. Die Musik passt. Aber so richtig mega. Okay, okay, okay. Ich habe ein Holzstück. Ich habe ein Holzstück. Wir sind ein Holzstück. Mache ich mir eine Werkbank. Äh, mit dieser Werkbank mache ich mir einen Ofen. Mit diesem Ofen mache ich mir Fleisch. Ich habe, Kohle habe ich also jetzt noch wirklich bis zum Ende der Folge. Äh, bis zum Ende des Battles wohl eher. Oh ja. Die Musik geht ab. Für welche spielen wir das nochmal? Sims? Erzähl ich das von Sims. Hm, 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 hm. Okay, es wird morgen. Sobald die Zombies verbrennen, begehst mich auf den Weg. Das könnte ich mal schreiben. Ach ja. So, jetzt noch ein Schnitzel, noch ein zweites. Ach ja, das Holz. Sobald die brennen, dann kann ich los, weil dann nur die Creeper? Glaube ich nicht, dass er mal sieht. Ich versuche mal den Horizont hier zu lichten, aber... Sie brennen. Wenn wir noch die Creeper sind, äh... Ja, normal, ne? Ich werde mein Versprechen ein... Nein! Nein! Echse! Scheiße! Oh doch, oh verdammt, Erdenbogen, Erdenbogen. Erdendier-Schwert. Scheiße! Verdammt, aber... You were moved. Hallo? Nein, war, 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 war schön, ne? Ja, aber ich habe bis zum Ende durchgehalten. Und ich habe mein Haus gebaut. Und du warst nicht letzter. Ja, siehste? Ich war letzter. Ich habe mein Haus gebaut, das war mein Ziel. Ja, also... Das Erdenbogen schreibt es halt auch noch eiskalt in den Chat. Dass er dich gefunden hat, ohne Spaß. Ja, aber das... Ich konnte mir kaum vorstellen, dass er den gesehen hat. Oh, was hat er jetzt gemacht? Äh, Creeper. So jetzt nur noch Andy und... Echse, mal gucken. Der Echse ist halt einfach so overpowered. Ja, der Diamanten, ich habe zum Schluss Diamanten gesucht, 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 habe ich nicht gefunden. Ja, haben wir gesehen, haben wir gesehen. Aber Andy hat sich an zwei Spawnern vorbeigearbeitet. An zwei Spawnern hat er sich vorbeigearbeitet. Ja, ich hatte einen Spinnen-Spawner und da... Ja, den hab ich schon gesehen. Weißt du, ich bin so jemand... Ich habe so durchgehend Panik bei Minecraft. Weißt du, wenn du dir meine... Wenn du dir meine Aufnahmen anguckst, wie oft ich mich erschrocken habe. In dieser Höhle. Boah, war das die Hölle. Guck ich mal zu. Andy ist beim Flugzeug. Ja, Echse geht da jetzt auch hin. Innerhalb dieses Glaskastens, oder? Ich glaube, ich erkenne das Gebier gerade. Oh, Echse. Oh, die sind nah beieinander. Guck mal, Mausrad. Ja. Seid mal leise. Da ist der Fight. Dann nochmal, kannst du dich zum Spieler teleportieren. Ah. Ah. Ich möchte mal eine ganz kurze Schweigesekunde... ...um skippen. Was ist da denn da oben gebaut worden? Was? Das ist das Flugzeug. Ach so, ich dachte, das hätte jemand gebaut. Na gut, dann. Andy ist jetzt Echse. Echse ist genau da oben. Ja, ich meine... Oh, Andy hat ihn gefunden. Andy hat ihn gefunden. Oh ja, oh ja. Ich glaube, aber Echse hat ihn nicht gesehen. Nee, Echse hat ihn nicht gesehen. Das könnte jetzt ein Epic Fight jetzt haben gesehen. Ja. Oh, oh, oh. Gucken. Alter, Andy ist nicht dein Ernst, oder? Alter, Andy, hast du Rückschuss auf dem Schwert? Wäre so geil, wenn der Rückschuss auf dem Schwert hätte. Dann hätte er den die Klippe runter schießen, schlagen können gerade. Oh, 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 Andy sieht halt ordentlich aus. Oh Gott, ich muss mal meine Playlist wieder ausmachen, hier. Nein. Ich werde den Leben hat der Echse noch. Kipp mal weg von dem. Kipp mal weg von dem. Kipp mal weg von dem. Ich bin ganz weit weg von dem. Der hatte nur noch drei Herzen oder so. Der hat mehr als Half-Life. Ich dachte echt im Moment, ich sterbe. Vor so klar. Einen Moment lang hast du gedacht, du wärst in Gefahr. Ich hab den Apfel nicht richtig gehabt, Alter. Ich dachte nur so scheiße, da ich den Apfel zu spät gegessen habe. Du hast ihn gegessen, da hast du mir nicht erinnert, den Ort zu essen. Ich bin zu schnell runtergegangen. Ach, deswegen. Ich hab den, 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 ich hab den Pfeil durch deinen Kopf geschlossen, der hast du durchgegangen. Du hast mich fast gegessen, äh, fast gegessen hättest, hast du mich daran erinnert, den Ort zu essen. Hätt ich den gegessen, hätt ich dich umgebracht, oder? Wie hört's noch? Was hast du für Leben gehabt? Was für Leben hattest du noch? Dir Herzen oder so. Oh, nee. Ich hab die, ich hab die, ich hab die, ich glaub ich am Ende noch, du hattest ein verzaubertes Eisenschwert, oder? Verzauberte Rüstung, Eisenschwert 2. Ja, da kommt direkt eins verzaubert. Ja gut, ich hatte, ich hatte dafür fast volle Dia-Rüstung. Mir hat nur noch eine Dia, äh, Hose gefehlt. Ich hab ein Haus gehabt. Ich will dir mal einen Zuschauertipp geben. Was? Du hast dich direkt an zwei Spawnern vorbeigebuddelt, als du dich hochgebuddelt hast. Wer? Ich? Du, Andi. Leute, ja gut. Aber du, wer die war so. Du hast dich, was du gemacht hast. Das sieht er alle bei mir, weil ich hab alles spectatet. Nein, 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 aber, 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 aber ihr, du warst nicht dabei, als ich mein Megahouse gebaut hab. Ja. Weiß ich bin der Einzige, ich bin der Einzige, der hat sich ne Aus-Einrichtung gemacht. Ich hab mir ins Ofer gemacht, den Fernsehen, naja. Glaubst du, in dein Bunker wandert sowieso nicht? Nee, und mir war eigentlich auch klar, dass Exel der, der mit dem kleinsten Pimmel ist, weil der natürlich erst durch, auch die erst durchfarmt, bevor er irgendwas macht. Ja, das war so Pussy von dir wirklich. Ja, das war so Pussy, Exel. Ich hab halt Glück gehabt, kann ich denn dafür? Du hast, du hast ein komplettes Ding, du hast dich fast von der Map unerhüllt, mein Ding.